Mit dem Comeback seiner Kultband ABBA feiert Björn Ulveus aktuell große Erfolge. Doch wie verbringt der Musiker eigentlich sein Leben abseits der Bühne? Diese Fotos geben einen seltenen Einblick. Nach der Scheidung von Bandkollegin Agneta Felskock, 71, fand Björn Ulveus, 76, mit seiner zweiten Ehefrau Lena Kalasjö, 72, das große Liebesglück. Mit ihr bekam der ABBA-Star zwei Töchter, Emma und Anna, Björn Ulveus niedlicher Schnappschuss mit seiner Enkelin, letztere ist es nun auch die Fans der Kultband mit niedlichen Aufnahmen aus dem Familienleben ihres berühmten Vaters überrascht. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilt Anna Hütbom Ulveus eine Fotokollage, die ihren Vater einmal im Jahr 1987 sowie jetzt, im Jahr 2021, zeigt. Auf der nostalgischen Aufnahme hat der Musiker seine Tochter Anna auf dem Arm, Vater und Tochter schauen interessiert an der Kamera vorbei. Was genau sie in diesem Moment beobachtet haben, bleibt ein Geheimnis. Der aktuelle Schnappschuss zeigt Björn Ulveus in der gleichen Pose, dieses Mal trägt er allerdings seine Süße. Enkelin Hedwig auf dem Arm. Dass zwischen den Fotos 34 Jahre liegen, ist kaum zu glauben, nicht nur die Pose ist die gleiche, auch trägt Annas Tochter ebenfalls ein rosafarbenes Outfit wie ihre Mutter 1987. Doch vor allem die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter ist unverkennbar, beiden haben dieselben Gesichtszüge und hellblondes Haar. Das sieht Anna genauso. Das muss geteilt werden, können Sie das glauben? Vielen Dank, liebe Etiordis bei, die die Ähnlichkeiten gesehen und mir das Bild geschickt hat, schreibt Hütbom Ulveus zu der Fotokollage. Die Tochter des Aberstars leitet das Familienhotel auf ihrem Instagram-Account, der öffentlich zugänglich ist, teilt die Schwedin regelmäßig Einblicke aus ihrem Privatleben. Neben zuckersüßen Aufnahmen von Tochter Hedwig und ihrem Partner sind auch einige Aufnahmen von Papas Hotelsflotsholmen zu finden, das Anna leitet. Eine vertrauensvolle Aufgabe, Björn Ulveus und seine Ex-Frau Agneta Felskock sind Eltern von zwei Kindern, Linda Ulveus, 28, und Peter Christian Ulveus, 43. Die beiden waren bis 1980 verheiratet. Ein Jahr nach der Scheidung gab Ulveus der Musikjournalistin Lena Kellasjö das Jahrwort. Die beiden sind bis heute ein Paar. Die beiden sind bis heute ein Paar.